Hier wollen wir Petersilie auf der Fensterbank aussehen. Dazu braucht ihr einen Topf mit Erde. Das könnte Kräutererde sein. Noch besser geeignet ist Aussaaterde. Weil die Saat, die dort gleich reinkommt, die soll ihr erstmal nach Wasser und Nährstoffen suchen. Die Wurzeln sollen sich ausbilden. Und wenn dann die Wurzeln kräftig genug sind, dann kommt der Dünger mit dazu in Form von Flüssigdünger. Erde ist drin. Dann habe ich hier ein Glas. Mit dem Glas kann ich die Erde schön gleichmäßig festdrücken. Jetzt kommt dort oben drauf die Petersiliensaat. Die Saat wird gleichmäßig im Topf verteilt. Und anschließend kommt noch eine dünne Schicht Aussaaterde oben drauf. Und jetzt brauchen wir unser Glas wieder. Jetzt wird die Erde nochmals leicht angedrückt. Und mit einem Blumensprüher drüber gossen. Einen Blumensprüher deshalb, damit die Saat nicht wieder aus der Erde ausspült. Und jetzt nehmen wir uns drei Schaschlikspieße und setzen dort eine Tüte drüber. Und schon ist unser Kleingewächshaus fertig. Meine Variante sieht heute anders aus. Da haben wir ja noch das Glas. Einfach überstülpen. Das ist meine Idee als Zimmergewächshaus.